Jetzt eskaliert die Situation komplett. In einer Fernsehsendung sind Markus Lanz und Alexander Gauland aufeinander getroffen und haben sich bezüglich der Flüchtlingspolitik in Deutschland in die Haare gekriegt. Wie wir gleich im ganzen Video sehen werden, ging es in dieser Sendung um die Flüchtlingspolitik in Deutschland und wie Ostdeutschland diese Politik ablehnt. Herr Lanz versuchte mit allen Mitteln, Herr Gauland im schlechten Licht dastehen zu lassen, doch dieser drehte den Spieß um und erteilte Markus Lanz eine Abfuhr nach der anderen. Wir schauen rein. Wir sind so erfolgreich, weil die anderen natürlich schwere Fehler gemacht haben. Das muss man einfach sehen. Es ist völlig klar, dass wir von den Fehlern anderer leben. Und da gibt es mehrere Dinge, die zusammenkommen. Da gibt es einmal die Fehler bei der Wiedervereinigung. Ich merke ganz deutlich, dass die Ostdeutschen sich sozusagen als Menschen zweiter Klasse fühlen. Und dann kommt natürlich dazu, und das spielt im Osten eine große Rolle, dass die Menschen das Gefühl haben, die Flüchtlingspolitik nimmt ihnen zum zweiten Mal die Heimat. Sie haben die Sorge, dass sozusagen ihre Identität, die sie gerade wiedergewonnen haben, man muss ja auch sehen, die DDR war aufgeteilt in Bezirke, es gab die Länderidentität nicht mehr. Und das ist jetzt etwas, was wieder da ist. Es gibt so einen Sachsen-Stolz, den man spürt, das gibt es auch in Brandenburg. Aber ich würde sagen, in Sachsen ist es noch stärker. Und da haben die Menschen plötzlich Sorge, hier kommen Fremde zu uns, die eben hier bleiben wollen, aus wirtschaftlichen Gründen, die nicht nur, und da hätte ja keiner was dagegen, politisch verfolgt sind, sondern die hier auf Dauer leben wollen. Und da sagen viele Menschen im Osten, mehr als im Westen, nein, so haben wir nicht gewettet. Wir wollen nicht das, was wir uns jetzt mühselig erarbeitet haben, verlieren. Hier beschreibt Herr Gauland brillant, welchen Ängsten und Sorgen die Bürger in Ostdeutschland ausgesetzt sind. Dass Herr Lanz diese Gefühle nicht sonderlich ernst nimmt und sich sogar noch darüber lächerlich macht, werden wir im nächsten Teil des Videos sehen. Davor möchte ich jedoch kurz auf das Gesagte eingehen. So macht Herr Gauland deutlich, dass viele Ostdeutsche fürchten, durch übermäßige Einwanderung ihre eigene Identität zu verlieren. Dazu reicht ein einziger Blick in viele westdeutsche Städte, wo mittlerweile ein Migrantenanteil von 50% oder mehr vorherrscht. Die Straßenzüge haben sich komplett verändert und Deutschland ist in diesen Städten nicht mehr wiederzuerkennen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Ostdeutsche sagen, sie wollen diese Entwicklung in ihrer Heimat nicht. Genug geredet, wir schauen weiter rein. Und da ist natürlich viel Gefühl dabei. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob das alles im Einzelnen richtig ist. Herr Volker, ist da viel Gefühl dabei? Sagen Sie, die Fakten geben das praktisch gar nicht her? Das kann man nicht sagen. Denn es ist schon so, dass die Menschen drüben das Gefühl haben, also im Osten das Gefühl haben, dass sie Menschen zweiter Klasse sind. Das ist aber zum Thema Migration. 4,4%. Ja, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Das geht mit der Rente los, das geht mit den Löhnen los. Darüber reden wir gleich, Herr Gaule. Aber ganz kurz zum Thema Migration. 4,4%. Das ist ja keine Zahl, die besonders erschreckend ist. Das ist aber nicht das Problem. Was ist das Problem? Es ist nicht die Frage, ob derjenige, den man als Bedrohung oder Gefahr ansieht, nun der Nachbar ist. Das ist doch ein Faktum. Mit dem muss man doch arbeiten. Sie sagen, dieses Faktum ist nicht wichtig. Nein, dieses Faktum ist auch nicht wichtig, weil die Bedrohung anders empfunden wird. Aber das ist doch Ihre Verantwortung als Politiker, zu sagen, hier geht es nicht um eine Empfindung, hier geht es um eine Zahl. Entschuldigung, es ist nicht ... Wir sagen, dass die Immigration von Menschen, die nicht hier einen Asylanspruch haben, falsch ist. Sie ist grundsätzlich falsch. Und dafür werden wir in Sachsen, Thüringen, wo auch immer, gewählt. Es ist eine Haltung, die aber jetzt nicht daraus folgt, dass wir sagen, in Glauchau oder in Merane sind so und so viele Ausländer. Das ist nicht das Problem, sondern es ist das grundsätzliche Problem. Deutschland verändert sich in einer Weise, die viele Menschen im Osten so nicht wollen. Auch hier muss man Herr Gauland für sein souveränes Auftreten gratulieren. Bevor wir uns den Höhepunkt der gesamten Sendung anschauen, wo es noch einmal richtig zur Sache geht, möchte ich kurz einen wichtigen Punkt hervorheben. So wirft Herr Markus Lanz immer wieder die Zahl von 4,4% in den Raum. Dabei bezieht er sich auf den Ausländeranteil in Ostdeutschland. Seine Argumentation ist damit, dass in Ostdeutschland nur so wenig Ausländer leben würden, dass die Ostdeutschen doch sicherlich nichts gegen eine freizügigere Migrationspolitik haben könnten. Diese Logik ist jedoch vollkommen verfehlt. Selbstverständlich stoppt man eine Entwicklung, bevor sie überhaupt stattgefunden hat. Sprich, in dem Fall sagen viele Ostdeutsche, wir wollen nicht dieselbe Einwanderungspolitik wie in Westdeutschland und sie äußern diese Meinung gerade bevor es zu spät ist. Genug geredet, wir schauen weiter rein. Der deutsche Westen verändert sich in einer Weise oder auch der deutsche Osten verändert sich in einer Weise. Es verändern sich natürlich beide Teile, aber im Osten gibt es ein anderes Gefühl, da droht uns wieder ein Verlust. Noch mal, es geht um ein Gefühl. Es geht nicht um Zahlen, die das in irgendeiner Form hergibt. Nummer 4,4% ist nichts, von dem ich sagen würde, das ist eine unmittelbare dramatische Geschichte, da bedroht uns etwas, das kriegen wir nicht in den Griff. Das kann man so nicht sagen, Herr Lanz, das kann man deswegen nicht sagen. Es geht ums Gefühl. Weil dieses Gefühl etwas sehr viel Stärkeres ist und man natürlich in einigen Großstädten im Westen über das Fernsehen sieht, wie sich diese Großstädte verändern und viele Menschen im Osten und Dresden sagen, nee, das wollen wir nicht. Und ist es, würden Sie sagen, so, dass Sie dieses Gefühl auch schüren? Nein, wir geben dem Gefühl Ausdruck. Es ist immer so, dass gesellschaftliche Probleme sich einen Ausdruck suchen. Und so wie wir gegründet worden sind, weil wir diese Griechenland-Rettung für völlig verfehlt halten, so haben wir in dieser Flüchtlingspolitik gesagt, nein, wir wollen das nicht schaffen und wir wollen diese Art von Willkommenskultur nicht. Und dafür werden wir im Osten gewählt, weil die Menschen das Gefühl haben, ja, die sagen etwas Richtiges. Es ist schon nahezu amüsant, wie Herr Lanz sich an diesen 4,4% Ausländeranteil aufhängt. Ihm scheint tatsächlich nicht klar zu sein, dass die Ostdeutschen nicht dieselbe Entwicklung wie in Westdeutschland erleben wollen und daher die Einwanderung dann stoppen, bevor es zu spät ist, sprich bei 4,4%. Hier habe ich wirklich große Bewunderung für Herr Gauland, der so ruhig und sachlich bleibt bei solch einer albernen Argumentation von Herrn Lanz. Leider ist es so, dass dagegen sich in Westdeutschland die Zustände immer mehr zuspitzen. So haben sich unter anderem Parallelgesellschaften und rechtsfreie Räume in deutschen Großstädten gebildet. Jetzt würde mich doch wirklich mal interessieren, wen sehen Sie als Verantwortlichen für diese Situation? Trägt für Sie Frau Merkel, Nancy Faeser oder eine andere Person die Schuld? Schreiben Sie es doch in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.